Ich hätte es mir denken können. Warum benutzen Gregor und Irving normale Schlüssel für diese Tür? Weil magische nicht funktionieren. Wie hält man Magier von etwas ab? Indem man ihre Kräfte gänzlich unbrauchbar macht. Tch, das war's dann. Wir sind am Ende. Wir kommen nicht rein. Ihr meint durch diese Tür? Die Tür führt sicher zu einem anderen Teil des Repositoriums. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich dort ein zweiter Zugang befindet? Nein. Ich versuche alles, wie klein die Chance auch sein mag. Wir kommen nicht in die Kammer wie geplant, aber deshalb geben wir noch lange nicht auf. Wir können nachsehen, wohin die Tür führt, aber das wird sicher nicht leicht. Außerdem sieht sie verschlossen aus. Ja, hoffentlich sind an der Tür nicht auch Schutzzauber. Beeilen wir uns! Wir haben schon genug Zeit verschwendet. Ich gebe nicht auf. Wir sind schon zu weit gekommen. Oh, das ist gar nicht gut. Oh je, was für eine Sauerei. Oh je. Wir leben wundervoll. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020